Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderschönen Video. Ich hoffe, meine Facecam spielt jetzt mit und geht nicht mittendrin aus, weil ich hab keinen Akku mehr tatsächlich. Und meine andere Facecam ist ja kaputt, ihr kennt ja die Geschichte. Wir spielen heute gemeinsam Revi bzw. Gnusagt mit 100 Leuten, meine Freunde. Die Regeln sind simpel, alle sind No-Skins und ihr dürft nur etwas machen, wenn ich sage, Revi sagt, meine Freunde. Die erste Anweisung ist, Revi sagt, alle nach Tilted Towers, ihr nehmt keine Waffen auf und kniet euch alle vor Big Ben bzw. vor dem Kirchturm in einer Reihe hin. Oh Gott, da bin ich jetzt mal gespannt, weil jetzt wissen sie, dass sie nicht erschossen werden. Sie werden erschossen, wenn sie nicht die Regeln verfolgen. Also Likey hilft ein bisschen mit, Gnudel hilft auch mit. Meine Batterie ist damit jetzt auch leer, Leute. Facecam ist damit raus an der Stelle, schade drum. Kriegen wir trotzdem das auch so irgendwie hin, Leute. Das läuft auf jeden Fall. So, Gnudel, wo bist du? Oh, nicht dein Ernst. Was denn? Bist du gestorben? Ja. Warum das denn? Wieso macht die ihren Gleiter nicht auf? Das wurde rausgepatcht, den kann man nicht. Also Gnudel, das Update ist schon was länger. Ist egal. Boah, ob du die überhaupt triffst. Alter. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Gut, ich fange jetzt schon an auszusortieren. Wer jetzt nicht kniet, der wird abgeschossen. Okay, okay, okay. So schnell geht es also. Es tut mir leid, da stehen schon die ersten Leute. Gut. Einmal alle bitte aufstehen. Oh. Oh. Einmal alle bitte aufstehen. Oh Mann, das ist so schlimm. Okay. Einmal springen und stehen bleiben. Einmal. Okay. Revi sagt, einmal alle aufstehen. Oh Mann, ich habe doch gesagt, Revi sagt. Oh Mann, oh Mann, das ist echt. Oh Mann, die Armen. Okay. Revi sagt, alle einmal hinknien. Ja, okay, was ist mit ihm da vorne? Ich weiß es nicht. Oh. Einmal alle springen. Oh Mann, oh. Es ist echt schwierig für mich, immer die Richtigen zu treffen. Revi sagt, einmal alle springen. Okay, okay, okay. Revi sagt, einmal alle mitkommen, bitte. Oh Gott. Revi sagt, stehen bleiben. Revi sagt, ich habe viel zu wenig Munition. Bringt mir doch alle mal ein wenig Munition ran. Oh mein Gott, das müssen wir nicht überleben. Oh komm, wir sind alle loslaufen. Tschüss. Auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall alle gut erzogen. Das kann man nicht anders sagen, du. Ja, die Mama hat es gut gemacht. Revi sagt, wenn ihr Munition habt, treffen wir uns unten im Fluss gemeinsam. Revi sagt, kommt alle in den Fluss und kniet euch hin. Gut. Der Kollege hat, Jamie, es tut mir leid, du warst leider nicht am Knien. Revi sagt, kniet euch alle hier vor mir hin. Danke dafür. Oh, auch noch im Fluss wie makaber. Revi sagt, danke für die Munition. Revi sagt, wer nicht kniet, stirbt. Oh, es hat mir gar keine Wahl. Die werden doch ganz nass. Revi sagt, seid alle im Fluss in 3, 2, 1. Okay, okay, das läuft, das läuft. Geil. Revi sagt, kommt mal alle hier unter das Haus. Oh, süß. Revi sagt, bleibt mal alle da stehen. Und Revi sagt, nicht erschrecken. Revi sagt, folgt mir alle und kommt mir hinterher. Revi sagt, wir treffen uns beim Geisterfeld. Oh Gott, das ist echt krass. Ich sorgt gerade voll für die Panik, Mann. Die Arme kämpfen. Revi sagt, wir treffen uns beim Geisterfeld, beim kleinen Haus. Ich stehe oben drauf und ihr bildet bitte vor dem Haus eine Linie. Dankeschön. Oh Gott, ist das krass einfach. Gnu sagt, alle mal tanzen. Bis sie sich alle hinschnellen, süß. Revi sagt, hinknien, jetzt. Das ist voll wie in der Schule, gell. Okay. Einmal bitte aufstehen. Ich habe so verarscht. Oh. Boah, das waren aber viele jetzt, ne? Einmal bitte springen. Oh. Revi sagt, einmal bitte ein Emote nutzen. Oh. Aber nicht jeder hat einen Emote, oder? Jeder hat einen Emote und das ist das Standard-Emote. Revi sagt, wer, wenn ich runtergezählt und noch einen Emote nutze, ist ein toter Mann. Drei, zwei, eins, aufhören. Einmal bitte alle hinknien. Oh. Revi sagt, einmal alle springen. Einmal hinknien. Oh Mann. Mein, mein, du liebst. Revi sagt, einmal mitkommen in die Zone, bitte. Revi sagt, nutzt gerne hier vorne das Trampolin. Achtung, ich bin gespannt. Jetzt kommen sie alle. Yo. Wie geil ist das denn? Crazy, Mann. Revi sagt, kommt ruhig um mich herum. Ich habe einen Rift, das benutzen wir gemeinsam. Revi sagt, drei, zwei, eins, go. Wow. Revi sagt, wir landen vorne bei der Oase. Revi sagt, die Leute, die zu spät kommen, bitte seid zu ehrlich und bleibt noch wirklich vor der Oase stehen. Ihr dürft alle noch mal zum Abschied ein kleines Emote machen. Oh nein. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Revi sagt, jetzt warten wir doch mal auf den Rest. Geht mal aus der Oase bitte raus, aus dem Wasser. Okay, ihr versteht das Spiel schon. Revi sagt, einmal hinknien. Oh, du hast leider verkackt. Oh nein. Es tut mir so leid. Revi sagt, ich meine die Oase unten bei Paradise Palm, da kommt noch einer. Guten Morgen, Kollege. Revi sagt, wer auf drei nicht sitzt, ist tot. Eins, zwei, drei. Oh, ah, mhm. Ah, da kommt der Rest, da kommt der Rest. Sehr schön. Revi sagt, fünf, vier, drei, zwei, eins und stehen bleiben, bitte. Nein, ich seh doch noch so ehrlich gemacht. Revi. Revi, Mann, du Schwein, schade, dass ich nicht da bin. Sehr gut, liebe Genudelis. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, dann kommt noch mal mit, ihr kleinen Schlawiner. Oh nein, du armen Bewusst. Nein, nein, nein. Cecile, warum? Warum? Es tut mir so weh. Revi sagt, die letzten zehn, die zuletzt hier den Wasserfall runtergesprungen sind, sind tot. Boah, Revi, du Schwein. Und Revi sagt, stopp, die oben bitte stehenbleiben. Gut, ich weiß trotzdem, wer es war. Das sind nämlich die letzten, die hier unten stehen. Die, die dich anschauen, die gucken nach oben und du schießt einfach. Bist du auch stehen geblieben, Kollege? Warst du zuletzt, sei mal ehrlich. Warst du zuletzt? Ja, du warst zuletzt. Möchtest du ein Emote machen zum Abschied? Oh nein, Revi. Es ist hart genug. Es geht aber nicht anders. Gut, Revi sagt, alle einmal hinknien bitte. Warum machst du das denn? Wieso kniest du denn nicht? Ich glaube, manche hören es auch erst später. Manche sind auch einfach zu spät. Es tut mir leid, du warst wirklich zu spät, Kollege. Komm nach vorne. Möchtest du ein Emote machen? Dann mach ein Emote. Oh, Noah. Gut, kommt mal bitte mit. Na, okay, ihr versteht mich. Oh nein, du verstehst mich nicht. Oh nein. Nein. Gut. Der Code. Diejenigen, die zuletzt auf dieser Plattform hier vorne sind, sind tot. Zehn Stück mal wieder. Sobald ich, Revi sagt, sobald ich Stopps sage, stehen bleiben. Und Revi sagt, Stopp. Gut. Du warst dabei. Du warst auch dabei. Du warst auch dabei. Warst du nicht auch dabei, da vorne? Nee, Digga. Bist du ehrlich? Ja, Digga. Okay. Einmal hinknien, bitte. Oh nein. Oh nein. Sie tut es doch selber voll leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Gerade bei so vielen Leuten. Revi sagt, einmal hinknien. Einmal aufstehen. Nein. Oh, dich habe ich jetzt auch gesehen, Kollege. Es tut mir leid. Diesmal bist du aber dran. Okay. Fehlt die Leute noch am Leben. Ich muss da, glaube ich, was machen. Wir machen jetzt etwas Schwieriges für euch. Revi sagt, kommt doch mal alle mit mir. Revi sagt, kniet euch auf der Straße hin und bildet eine Reihe an der gelben Linie. Revi sagt, droppt alle Matts bitte einmal nach vorne, die ihr habt. Was hast du vor? Gut, Leute. Jetzt wird es echt gemein. Das ist eine kleine Kombination aus dem, was wir eben schon mal gemacht haben. Aber ich muss ein bisschen aussieben. Es geht nicht anders. Guck mal, wie die da alle in der Reihe sitzen und dich anschauen. Es tut mir auch weh, Genu. Guck die mal an. Du, ich schau die mal ganz traurig an. Revi sagt, falls ihr sterben solltet, tut es mir wirklich leid. Aber ich kann nicht anders. Revi sagt, versucht hinter mich durchzukommen. Ab jetzt. Wer stirbt, ist leider raus. Und go. Gut gespielt. Revi sagt, alle einmal rein in den LKW. Hier vorne rein in den LKW. Wer es nicht schafft, ist tot. Revi sagt, alle rein in den LKW. Revi sagt, lasst einander bitte rein. Oh Mann, es tut mir so weh. Das kannst du nicht machen, Revi. Ich muss aussortieren. Es muss einen Gewinner geben. Ich muss nicht verstopfen. Revi sagt, ich muss jetzt leider schießen. Es kann nur einen geben. Revi sagt, einmal reingehen. Revi sagt, einmal reingehen. Revi sagt, es tut mir wirklich leid. Revi sagt, alle einmal im LKW hinknien. Revi sagt, einmal bitte alle ein Herz. Oh, da steht einer noch. Es tut mir leid. Mann, der Arme. Revi sagt, alle bitte einmal ein Herz für unsere gefallenen Mitmenschen. Revi sagt, sehr schön. Einmal bitte mitkommen. Okay, mit 16 Leuten, das können wir auf jeden Fall noch machen hier. Das geht auf jeden Fall jetzt. Revi sagt, stellt euch bitte einmal alle hier vorne in einer Reihe an der Linie auf. Okay, du stehst leider nicht in der Linie. Und du leider auch nicht. Wer hat sich hinten anstellen können. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Revi sagt, die letzten fünf, die zuletzt auf diesem Auto hier drauf sind, sind tot. Revi sagt, und go. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, die Fettsäckchen. Revi sagt, stopp. Oh. Du warst leider auch zuletzt. Es tut mir leid. Fasse das Spiel. Revi sagt, einmal mitkommen bitte in die Zone. Ist einfach eine 80 Killround, was geht? Genau, schlag doch hoch. Revi sagt, die letzten fünf, die zuletzt unter diesem Häuschen stehen, sind tot. Revi sagt, es gilt ab jetzt. Oh, die laufen sogar fast ins Zöhnchen. Oh, guck mal. Oh, ist so traurig. Ihr habt Glück, es sind keine fünf geworden. Revi sagt, einmal hinknien. Revi sagt, einmal mitkommen. Du hast dich nicht hingekniet, es tut mir leid. Revi sagt, einmal schnell mitkommen. Hinknien. Oh, Bruder. Ah, belastend. Ah, nein, bleib stehen. Er hat ganz schön viel Waffen eingesammelt. Ja, der war auf jeden Fall fleißig, der Typ. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, springen. Revi sagt, mitkommen. Jetzt machen wir etwas, was ihr sicherlich alle schon kennt. Und zwar machen wir eine kleine Deathmatch-Arena. Revi sagt, du und du einmal hier in die Arena rein. Revi sagt, kloppt euch, bis nur noch einer lebt. Ab jetzt. Ah, schon. Revi sagt, mitkommen wegen der Zone. Revi sagt, einmal hinknien. Einmal aufstehen. Einmal hinknien, bitte. Revi sagt, springen. Und einmal tanzen. Einemote. Revi sagt, es tut mir... Ey. Das war der falsche. Justin. Gut, eigentlich hat XX Sina XX gewonnen. Sina, richtig fälles GG an dich. Leute, das war es von dieser unglaublich krassen Runde. Revi sagt, mit f***ing 100 Leuten, Mann. Wie geisteskrank war das denn, bitte. Richtig cool, dass ihr alle so gut mitgespielt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall bei Gnuch vorbei. Das war's für mich für ein schönes Video. Macht's gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, schuuu.